So, wir melden uns kurz zurück mit einer kleinen Infofolge, denn man kann sagen über Niantic, was man möchte, aber die lassen uns einfach keine Ruhe, die lassen sich immer wieder was Neues einfallen und jetzt ganz aus dem Nichts plötzlich ein Psycho-Event angekündigt. Ihr habt das sicherlich hier alle gesehen in euren Neuigkeiten, das wurde direkt im Spiel angezeigt natürlich. Wir prophezeien mächtige Pokémon während des Psycho-Spektakels. Das Ganze fängt am Freitag an, also heute ist Freitag. Also heute am 5. Oktober geht es los um 22 Uhr und das geht alles bis zum 14. Oktober, 22 Uhr und in der Zeit werden natürlich mehr Psycho-Pokémon erscheinen, natürlich so wie Traumato, Pupanz, Spoink, Abra, Fleckmon, Lamos, sonst was. Manche munkeln auch, dass es vielleicht vermehrt Palimpalim gibt oder vielleicht sogar Icognito, weil das ja auch Psycho-Pokémon sind, aber das wäre natürlich ein Traum, muss aber nicht sein. Die werden wohl weiterhin selten bleiben. Zusätzlich gibt es natürlich dann besondere Feldforschungsaufgaben. Ist aber auch hier drin alles beschrieben, wie ihr seht. Alles, was sich halt um Psycho-Pokémon dreht und spezielle Raids natürlich. Traumato gab es ja jetzt schon im 1er Raid. Vielleicht werdet ihr den jetzt auch schillernd rausbekommen können, denn mit dem Event kommt gleichzeitig auch Traumato als Shiny-Pokémon in Pokémon GO. So, also macht euch alle auf die Suche, fangt viele Psycho-Pokémon, fangt viele Traumato und ich kann mich noch damals erinnern an Weimar oder was das war, wo wir durch die eine Straße gelaufen sind, Straße hoch, bestimmt 30 Traumatos gefangen, Straße runter, nochmal 30 Traumatos gefangen. Man hat gedacht, in ganze Weimar rennen die Psychos rum. Das war auf jeden Fall heftig. Mitten auf den Straßen, ob es ein Nest war, eigentlich nichts, war ja kein grüner Untergrund, nichts. Aber das waren coole Zeiten, wenn es jetzt so heftig abgehen würde, steht dem Shiny vielleicht nichts mehr im Wege. Wie gesagt, also vermehrt Psycho-Pokémon erscheinen natürlich, besondere Feldforschungsaufgaben. Es gibt auch besondere Raids, vermehrt Psycho-Pokémon, die in den Raids erscheinen. Also die Raid-Bosse werden wahrscheinlich auch sich wieder verändern, wieder wechseln. Und natürlich Shiny Traumato. Jetzt wurde im Oktober erst Shiny Krabbi und Shiny Kingler eingeführt. Und Pandir Nummer 1, die Form Nummer 1 wurde eingeführt. Und es geht einfach immer weiter, es geht weiter, es geht weiter. Heute beginnt auch die MAG in Erfurt, wo wir dann morgen sein werden. Jetzt beginnt schon wieder das nächste Psycho-Event. Aber wir schauen aber auf der MAG vielleicht auch besondere Pokémon sind. Jetzt überlappt sich das aber mit dem Psycho-Event. Im Endeffekt ist die ganze MAG dann nur noch voll mit Traumato. Aber das werden wir natürlich dann erst sehen. Auf jeden Fall viel Spaß euch natürlich mit dem Event. Geht raus, fangt ein paar Psychos. Und würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also Peace out, vorhaut, euer Ramses.